Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer anderen Folge von Let's Play Zelda Picross. Wir machen weiter. Ja, äh, was geht? Willkommen zu Zelda Picross, dem Supertonenspiel, das wir momentan sehr viel spielen oder ich momentan sehr viel spiele und es ist halt voll cool. 4, 5, 6, 7, 7. Ähm, ja, es ist halt, äh, ne, und so weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hm. Ich weiß eben, ich weiß nicht, was der Anfang eben sollte, Leute. Wundert euch nicht. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich will auch nicht wissen, warum ich eben so angefangen habe. Ich glaube, ich musste eben aufstoßen, ey. Während eines Let's Plays ist es immer gut. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, 1, 2, 3. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Musst du schon wieder aufstoßen. Uh, ungeiles Gefühl. Äh, wenn jetzt hier 1, 2, 3, 4 hochgehen, dann passen hier keine 2 Einsen mehr hin. Okay. Das wollte ich nur wissen. Das ist eine 1. Und das ist eine 1. Zack. 1, 2, 3. Das würde noch passen. Können wir noch 2... Ja, ihr könnt aber auch noch 2 Einsen hin. Das heißt, das hier kann nur ein 5 sein. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Finde ich nicht so toll. Zack. Zack, und zack. Jetzt haben wir hier die 4. Ah. 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Yeah. Das heißt, wir haben... Oh, das ist sogar tatsächlich hier. Lol. Haha. Das hätte ich nicht gedacht. Dass das hier wirklich hier die 5 ist. Äh. 1, 2, 3, 4. Zack. Okay, hier kommt die 3 hier hin. Das heißt, hier ist die 4 irgendwie. Oh, eine 1. 1, 2, 3. Zack, 1, zack, 1, 2. Zack, 1, 1. Zack, 1, 2, zack, 1, zack, 1, zack, 1, zack, 1, 2, 3. Okay. Ist das jetzt eine 3 oder ist das hier unten eine 3? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, das hier ist eine 2. Ist das hier eine 1? Ist das eine 3? Und hier eine 1. Und hier unten kommt irgendwie 2 hin. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8, yeah. Äh. Das hier muss die 1 sein. Und hier die 11 irgendwie. Das hätte sonst anders nicht mehr gepasst. 6, 7. Wow. Zack. Äh. Die 4 ist hier irgendwie. Aber eine 1. Okay. Und hier die 4. 1, 2. Ja, eine 2. Äh. Was heißt, hier haben wir eine 3? Und hier ist die 4 fertig. Okay. Äh. Sieht wieder aus wie irgendwas symmetrisches. Tatsächlich. Geht das hin? Wenn ich jetzt... Was sind jetzt... 5, 6, 7, 8. Shit. Hm. Irgendwas läuft hier falsch. Aber ich hatte schon mal recht, was das hier angeht. Äh. Ich kann das schon mal weg. Hier ist die 3. Hier ist die 2. 1. Äh. 1. Ich kann keine 2 mehr hin. Hier ist die 2. Hier muss die 8 irgendwie sein. Hier kann keine 2 mehr sein. Zack. Ich habe das Gefühl, ich werde immer komischer. Von meinem Kommentierstil her, wenn ich mich... Wenn ich überlege. Das ist jetzt eine 2. 3. Yeah. Mache ich hier eine 3 irgendwie? Oh, die 10 schon komplett. 3, 6, 7, 8, 9. Nee. Hier kann auf jeden Fall keine 10 mehr sein. 1, 2, zack. Wir haben die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sehe gerade, das muss sogar so sein, weil ich hier eine 2 hinkam. Okay. Zack. Äh. Das sind 11. 2, hier ist eine 2. Das ist die 4. Hier eine 5. Dim, 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 dim. Das hier ist irgendwie die 6. Das heißt, hier oben ist eine 2. Da ist das hier auch eine 2. Ähm. Das weg. Das ist eine 3, glaube ich. Ja, das hier ist eine 3 irgendwie. Äh, ich habe die 3, okay. Hier ist eine 3. Das ist die 2. 6. 6. Fuck. Ich habe wieder gehofft, dass ich richtig rate. Aber es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Tatsächlich. Aber irgendwie war das zu erwarten, ne? Passiert das öfteren tatsächlich. 1, 1. 8. Das ist nicht... Ach doch, es ist... Ist es? Es sieht recht gleich aus. Irgendwie. Ja, nicht ganz. Das ist... Ah, mit einer. Okay. Äh. Das ist eine 8. Ist das jetzt schon eine fertige 8? Ne. Hier kommt die 2 hin. Das ist doch eine fertige 8. Ah, wie ich... Oh. Weil ich das hier nicht weggehext habe. Mann, ich will ja immer nicht nachziehen so, Leute. Das ist das Problem, wisst ihr? Ist halt immer so... Ist das bei... Bei Megazahlen nachzuzählen. Ist halt immer... Bei so großen Zahlen nachzuzählen. Ist das immer so... It's it. Ach, Mensch. So, schaffen wir heute vielleicht mal wieder 4 in Part. Oder so. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Nehmen wir eine Mega 2. Nehmen wir eine 1. Ne 4. Ne 2. 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack, zack, zack. 2 und 2. Zack, 1, 2, 3. Zack, 1, 2, 3. 1, 1. 3 und 3. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hier ist die 1 und die 2. 1, 2. Kann keine 3 mehr sein. Das passt. Ah! Unlucky. Einmal was riskieren, ne? Einmal was riskieren muss man, Leute. 5. Das heißt, wir haben hier eine 2 und eine 2. Hier haben wir eine 2 und eine 1. Hier haben wir die 4. 2 und 2. 2 und 2. Das ist eine 2. Hier ist eine 1. Hier auch. Hier auch. Hier ist eine 4. Zack. Achso. Hier kann ich mehr. Okay. Das ist eine 1. Das ist eine Mega 2. Das ist eine 2. 2. Hier ist die 6. So. Der muss sein. Eine von denen hier unten. Der hier? Ne. Der? So. So. 3, 4, 5, 6. 7. So muss das sein. Hier muss die 2 sein. Das heißt, wir haben die 7, oder? Ne. Hier, es kommt noch einer. Hier fehlt noch einer. Ne, das ist der. Okay. Weil die 5 hier oben war. Hier ist noch die Mega 5 noch hier oder so. So mehr wissen. Achso. Doch wissen wir. Okay. Ups. Wissen wir, weil die 3 sonst nicht anders passte. Zack. Ich beeile mich gerade ein bisschen. Das heißt, ne, ihr seht ja, dass ich zwischendurch mal ein bisschen mehr Fehler mache. Wenn ich mich beeile, dann, ja, riskiert man ein wenig mehr. Ja, und dadurch könnte es passieren, dass man ein wenig mehr Fehler macht. Aber ich habe halt Bock, mal wieder 4 in Part zu schaffen. Nicht so wie die restlichen Parts, wo ich immer nur 3 geschafft habe. Oh. Sad life. Oder so. Ähnlich. Vielleicht. Weiß nicht. Eigentlich nicht, aber... Das können 4 sein. Fuck. Äh, 1. Das ist die 4. Das ist ne 1. Das ist die 2. Das ist die 3. Hier haben wir ne 3. Naja, das heißt, hier haben wir die 4. Das ist sogar wirklich die 4. Ich dachte, das ist die 2. Ich wollte es erst risken. Ha. Äh. So. 2 und 2. 1. Hier kommt noch irgendwie ne 3 hin. Irgendwo. Ist das ne 1 oder ne 3? 1, 2. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2. Das könnte passen. Hier ist ne 2 fertig. Okay. Hier ist ne 1. Äh. Hier kommt ne 1. Zack. Das ist sogar die 3. Das ist ne 1. Welche wissen wir nicht. Okay. Die zweite. Ähm. 2. 3. Oh leid. Das war mehr Glück. Da hab ich schon wieder zu spät meinen A-Knopf losgelassen. Haha. Das war, das war, das war wirklich Glück gerade. Ich mein, ich hab eh immer mehr Glück hier irgendwie in dem Spiel tatsächlich. Als ich Verstand habe. Äh. Hier kommt es halt 2 hin. Nja. 1. 5. Das ging fix. Wir könnten tatsächlich, wenn ich, ja doch, wir könnten 2 Spatz, äh, 2, 2 in einem Part schaffen. Gennendorf. Hatten wir Gennendorf bei den normalen Picross auch schon? Irgendwie hab ich nicht das Gefühl, dass wir, oder? Die 6 fertig, oder? Lul. Okay. Ähm. Eine 1. Eine 7. Hm. Was ist ne 1? 1, 2, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Und hier kommt die 4 hin. Und eine 4 nach oben. Eine 1, 1 und eine 2. So wie die kleine Picross-Zahlen, das ist doof. Ja. Äh. Und eine 1. Hier. Hier ist eine 4. Das ist die 1 definitiv. Das ist auch eine 1. Das hieß, der muss auf jeden Fall drin sein, noch. Äh, 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 1. 3. 3 fertig. 2. So, ist richtig. 2. 1. 3. Okay, das passt auch nur noch so. 5. Na, hä? Bin ich denn den jetzt nach oben gekommen? Ups. Ähm. 1. Die 3 haben wir fertig, okay. Die 3 hoch. Eine 1. Noch eine 1. Dann ist hier die 5 irgendwie. Äh, das muss eine 1 sein. Das heißt, die 5 geht noch ein weiter höher. Okay. Das ist eine 3. Hier die 3. Das heißt, hier ist die 5 drin und hier die 5 oben. Zack. Haben wir die ganze Seite komplett. Nice. Ist es sehr schön, ne? Ist es sehr schön, ist es sehr schön, ist es sehr schön. Äh, haben wir jetzt eine 1 oder eine 2? Das weiß ich nicht. Oh, mein Rücken juckt. Weil es so warm ist. Ich schwitze. Es ist unangenehm. Diese Hitze, die wir momentan haben, ne? Das ist halt einfach... Das ist einfach unangenehm. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn es warm ist. So. Ähm. Das ist schön. Warmes Wetter ist immer toll. Aber das jetzt ist halt einfach... Es ist halt einfach zu heiß. Es ist zu heiß, wirklich jetzt. Wenn es nachts noch so warm ist, dass du einfach nur vom Sitzen schwitzt, dann weißt du, es ist zu heiß. Gerade nachts. Beziehungsweise abends. Es ist jetzt knapp 24 Uhr. Und... Es ist halt zu warm. Viel zu warm. Sterben. Ist da angesagt. Tatsächlich. Eins, zack. Eins, zwei, drei. Und eine Eins. Hier ist eine Zwei. Und hier haben wir die Mega Drei. Und hier haben wir die Drei. Zack. Eins, zwei, zack. Äh. So, es geht nur noch so. Nein. Och. Nach da. So. Also, ich meine, es ist nicht so schwer, sich zu konzentrieren. Aber es ist halt schon schwerer. Weil es halt einfach so warm ist und du denkst so, die ganze Zeit auf deinem Körper läuft irgendwas rum, weil es halt so, weiß nicht, weil der Schweiß runterläuft oder so. Keine Ahnung. Es ist halt einfach unangenehm. Leute, es ist halt einfach unangenehm. Mehr ist da nicht zu sagen. Ähm, die Elf gibt es. Hier. So. Kommt keine Dings mehr hin. Die Sieben geht bis. Zwei, vier, sechs. Ja. Start, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, drei. So. Oh, die Fünf. Okay. Das ist geil, wenn wir hier am Rand so eine, so eine Seite haben. Zack, zack, zack. Drei. Hier ist noch eine Eins. Hier ist die Vier. Hier ist die Vier. Hier ist die Sechs. Hier ist die Sieben nach unten. Hier ist die Eins. Haben wir hier eine Zwei. Hier die Elf fertig. Geht hier die Sieben hoch. Hier die Fünf. Dann haben wir hier eine Fünf. Noch eine Drei irgendwie. Vier, fünf, sechs, sieben. Haben wir hier noch irgendwie eine Sieben. Zack. Die Zwei ist hier fertig. So. Ähm. Er wäre echt gut aufgeräumt gerade hier. Tatsächlich. Okay. Eins. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Eins. Zack. Zack. Zwei. Zwei. Nehmen wir noch die Fünf bis hier. Hier haben wir eine Eins. Hier kommt nichts mehr hin. Hier haben wir eine Eins. Eine Drei. Eine Drei. Zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, drei. Oh. Das passt gar nicht mehr anders. Zwei, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zack. Eins. Zwei. 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 Das heißt, hier unten ist die Zwei. Äh. Was soll ich hier? Oder hier? Oh. Hier oben fehlt das. Nice. Zack. 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 Das ist aber auch fertig. Hier muss der auf jeden Fall hin gehen. So. Okay. Das war... Das war Stimme kackt ab, wollte ich mal sagen, ne? Das war gerade einfacher als erwartet. Alter, habt ihr gerade... Habt ihr gerade nicht bekommen, wie meine Stimme abgekackt ist? Holy fuck. Das muss ich mir unbedingt später nochmal anhören. Ha. Oh mein Gott. Das hatte ich auch noch. Nie? Vielleicht? Also bestimmt hatte ich das während der Aufnahme schon mal, dass meine Stimme so abgekackt ist. Ähm. Ja, doch. Definitiv hatte ich das schon mal. Also, ich erinnere mich, dass das da bestimmt schon mal war. Aber das, äh, ja. So eine Geräusche sind noch nie aus meinem Mund gekommen. Doch, schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Acht. Äh, das kommt weg. Äh, hier. Äh, eins und eins. Zack. Acht bis hier. Eins. Zack. Ich war eben ein bisschen verwirrt da oben. Wegen der... Ähm. Ne? Wow. Wegen der, wegen der Big 5. Wegen der Mega 5. Danke. Das war das Wort. Mega 5. Äh, so. Ah. Wir haben es geschafft, Leute. Vier in einem Part. Glaube ich. Warte. Oh, weißt du nicht? Ja. Ich weiß nicht, ob wir im nächsten Part alle durchziehen. Ich glaube aber nicht. Ich weiß nicht. Mega Part. Vielleicht. Passt zu Mega Picross, ne? Ja, doch. Da habe ich sogar einen Namen für einen Part. Mega Part für Mega Picross oder so. Ich weiß nicht. Okay. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr die Part. Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder. Haut Drei. 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 Bis zum nächsten Mal.